Hallo Leand, mein Schatz, ich bin's Papa. Ich wollte dir einen ganz lieben Gruß aus Tansania schicken. Der Leander, das ist der da vorne. Und ich, wir fahren jetzt mit einem kleinen Boot auf die Insel Mimbudi. Und da werden wir mal ein paar Stunden uns ausruhen, ein bisschen was essen. Naja, jedenfalls sind wir hier gerade mit dem Boot unterwegs. Ich zeig dir mal das Boot, okay? So, da hinten ist die, wow, da hinten ist die Insel. Und das ist unser Fahrer. Und da sind wir gestartet. Also Liam, einen ganz lieben Gruß hier von dem ganz schaukeligen Boot. Ich schicke dir einen ganz dicken Kuss nach Hause. Bis bald, mein Schatz. Grüß mir, Mama und alle anderen. Ciao.